Herzlich Willkommen bei Orca Jazz. Partie 7 der Schachweltmeisterschaft 2016 in New York zwischen Magnus Carlsen und Sergej Kajakin ist schon wieder vorüber. Ging gerade mal gut zwei Stunden. Leider war die Partie jetzt auch nicht so spannend. Es wurden ziemlich viele Figuren, ziemlich früh abgetauscht und es entstand ein Mittelspiel mit ungleichfarbenen Läufern. Kajakin hatte zwar einen Bauernmeer, aber die beiden eigten sich ziemlich schnell auf den Remis und die Partie verflachte einfach ziemlich schnell. Also war wirklich kein Krimi für die Zuschauer. Was aber spannend war, war die Eröffnungswahl von Sergej Kajakin. Sergej Kajakin hat zum ersten Mal geschlossen eröffnet, also mit D4. Und jetzt schauen wir uns mal die Partie an. Genau. D4, D5, C4, C6. Wir haben jetzt hier die slavische Verteidigung von Magnus Carlsen. Springer C3, Springer F6, E3, A6. Das ist der sogenannte Chepanenko-Slave. Läufer D3. Und dieser Chepanenko-Slave geht jetzt über in ein angenommenes Damen-Gambit mit Schlägt C4. Läufer steigt C4, E6, Springer F3, C5. Das sind alles ziemlich normale Theoriezüge. Ochade B5. Genau, also Schwarz expandiert hier direkt ziemlich schnell am Damenflügel. Möchte den Läufer fernschettieren. Springer C6 spielen. Läufer E7. Das sind klassische Pläne. Dann ruchieren. Läufer E2. Läufer B7. Hier kommt schon das Viancetto. Bauer schlägt C5. Und hier kam auch schon eine kleine Neuerung von Magnus Carlsen. Der normale Zug ist hier nämlich Läufer schlägt C5. Oder Darmentausch. Die Variante gibt es auch. Und Springer C6 ist noch relativ neu. Und ja, ein sehr interessanter Zug. Der auch für Sergej Kayaki neu war. Und der musste jetzt auch ziemlich lang am Brett überlegen, wie er da gegenspielt gegen Springer C6. und hat sich für einen, ja, auf den ersten Blick etwas komisch wirkenden Zug entschieden. Er hat Springer D2 gespielt, was relativ langsam ist. Also die Idee von Springer D2 ist es, den Springer entweder nach B3 oder nach E4 umzugruppieren. Und hier die Option zu haben, Läufer F3 zu spielen, um so quasi den schwarzen Läufer auf B7 zu neutralisieren, der ziemlich attraktiv steht. Also man kennt das auch aus anderen Stellungstypen, wie zum Beispiel den Panoff-Angriff gegen Karo Kahn. Und da stellt sich schwarz auch häufig so auf. Und der Läufer auf B7 auf der langen Diagonale ist da häufig ein Sargnagel für den weißen Angriff. So, genau. Optionen wären es natürlich gewesen für Kayaki. Der hätte hier ein bisschen stärker spielen können, wäre auch interessanter gewesen. Anstatt Springer D2 gäbe es die Option, hat es die Option gegeben, E4 zu spielen. Die Idee von E4 ist im Zentrum einfach direkt was zu machen und E5 zu spielen. Weiterer Pluspunkt ist, man kann den Läufer dann auf dieser langen Diagonale hier entwickeln. Was später, später hat Kayakin dann versucht oder hat Kayakin den Läufer über B3 entwickelt, was halt auch noch ein Tempo kostet. Also das wäre jetzt ein bisschen so die natürlichere Entwicklung gewesen. Beispiel Läufer schlägt zu 5, Weiß kommt zu E5, Springer D7. Das haben auch die Kommentatoren vorgeschlagen. Auch Supergroßmeister Peter Swittler und Jan Gustafsson. Und hier Läufer E4 zu spielen. Und dann steht mal ein relativ solide, aber die Partie ist trotzdem, genau, total offen. Das wäre einfach eine Option gewesen für den Weißen. Genau, stattdessen hat er Springer D2 gespielt, was ja auch nicht schlimm ist, auf keinen Fall. Läufer steigt zu 5, hat Carsten erwidert. Springer D4, genau, es tauschen sich ziemlich viele Figuren ab. Carsten tauschen Springer, tauschen Springer Läufer E7. Genau, ein logischer Zug, schöne Diagonale. Also was man auch häufig, was ich auch häufig sehe, also auch aus meiner Erfahrung, ein Läufer auf E7 steht sehr selten schlecht. Also E7 ist immer ein ziemlich flexibles und gutes Feld für den Läufer. Das ist einmal halt wegen der, wegen den vielen Optionen auf den langen Diagonalen. Und, ja, das ist, da fühlt ein Läufer sich wohl in den Strukturen. B3, genau, also Kayakin möchte jetzt den Seinläufer für ihn jettieren. Springer B4, da fühlt sich der schwarze Springer pudelwohl, schon schönes Feld. Für den Springer, man hat hier, der übt dauerhaft Druck auf den Bauern A2 aus. Das bindet hier den Turm ein bisschen auf A1. Also es ist schon leicht unangenehm. Also, Carsten ist da sehr gut aus der Eröffnung rausgekommen. Genau, Läufer F3, Rokhade. Und jetzt sieht man schon, also was Kayakin hier auch machen möchte. Der möchte sehr viele Figuren tauschen und spielt Läufer A3. Läufer A3, also was jetzt zum Beispiel droht, sind einfach so ein Abtausch hier, dann den Abzug hier mit Schach. Nach dem Abzug ist dann der Läufer hier angegriffen. Und da tauschen sie ziemlich viele Figuren und die Stellung ist halt total in Remisbreite. Genau, und hier hat Carsten eine Ungenauigkeit gemacht und Turm C8 gespielt. Also ich frage jetzt euch mal, also was kann jetzt, also wie kann jetzt Weiß fortsetzen und hier sogar am forcierten Bauern gewinnen und wirklich eine leicht bessere Stellung behaupten. Ich mache mal kurz Pause. Ihr könnt auch auf Pause drücken. Im Video ist wirklich eine kurze Taktik, also man muss ein bisschen rechnen. Okay, ich hoffe ihr habt es alle gefunden. Also es geht hier nämlich um den Abzug. Springer F6 Schach, genau der Springer muss direkt geschlagen werden. Beispielsweise vom Läufer. Also wenn ihr den Bauer nehmt, geht auch. Läufer schlägt dann auf B7. Der Läufer schlägt auf A1 den Turm. Der Läufer schlägt wiederum den Springer hier. Der Läufer zieht zurück. Man nimmt den Turm auf F8. Die Dame tauscht sich. Turm tauscht sich. Turm schlägt F8 und am Schluss hängt hier der Bauer auf A6. B4, also Kajakin möchte jetzt diese Bauern hier, oder nee, sorry, Carsten möchte hier diese Bauern hier festlegen. Und es ist wirklich schwer jetzt auch Fortschritte aus weißer Sicht zu machen in der Stellung. Ja, weiß hat aber einen Bauer mit. Was hätte Carsten machen können stattdessen? Carsten hätte Läufer D5 spielen können. Da steht der Läufer sehr zentralisiert, sehr aktiv. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es gibt quasi den Spruch von John Nunn. Der heißt Loose Pieces Drop Off. Ungedeckte Figuren fallen. Ungedeckte Figuren gehen leichter verloren. Und da ist der Läufer einfach gedeckt. So einfach es jetzt auch klingt. No Magic. Und steht einfach besser. Und dann gehen die ganzen taktischen Ideen mit Springer F6 nicht mehr so gut. Und Schwarz hat einfach eine etwas angenehmere Stellung. Die aber jetzt, also wenn man mich fragt, dass er höchstwahrscheinlich auch nicht gegen Kayaking gewonnen hätte. Genau, okay. Ah, das ging so weiter. Turmschlägt die 1. Turmschlägt auf Zack. Bauern werden festgelegt. Turms 1. Die beiden machen jetzt noch ein paar Turms, noch ein paar Züge. Aber man sieht hier auch schon das Problem. Das ist am Weißen. Der Weiße hat seine Majorität hier am Damenflügel. Und diese Majorität ist halt wirklich durch diesen Bauern hier dominiert. Also Weiß kommt nie richtig gesund zu dem Zug A4. Weil auf A4 wäre dann wieder en passant möglich. Ich zeige es jetzt mal. Genau, König ist 7. Wenn jetzt A4 was ein Blander wäre, ein richtiger Patzer. Kann man hier auch Passant nehmen. Also im Vorübergehen schlagen. Und hier steht Weiß sogar. Hier würde jetzt sogar Schwarz auf Gewinn stehen. Deswegen gibt es da kein richtiges Rezept. Also was die noch gemacht haben. Also Kayaking hat mal F4 gespielt. Um hier Raum zu gewinnen. Quasi ein attraktives Feld von König zu bekommen. Gegebenenfalls mal mit E4 oder G4 da was zu machen. Aber dann später haben die beiden das dann schon eingesehen, dass es da nicht so wirklich weitergeht. Und keine Gewinnideen gibt für den Weißen. Und Carsten sich da einfach dann auch solide verteidigt hat. Und Carsten kann halt total mit Nuremie zufrieden sein. War schwarz. Ja. Also es wird wirklich, es wird weiterhin spannend werden. Also Carsten hat jetzt Weißpartien. Also in den letzten fünf Partien wird Carsten drei Weißpartien haben. Also eine Weißpartie mehr. Also Carsten ist jetzt hier am Drücker und der Weltmeister. Und ja, wir müssen gucken, was passiert. Also ich denke, die nächste Runde, also die morgige Runde, oder wenn das Video oben ist, die heute zu spielende Runde am Montag wird hochspannend. Also Carsten wird in die Vollen gehen. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Abonniert den Kanal. Bei Runde acht oder neun genau kommt, acht ist schon morgen, also eher bei Runde neun. Bei Runde neun kommen nochmal ein paar Kommentatoren dazu. Also einmal wird auch ein internationaler Meister mit dem Boot sein. Und ich würde sagen, see you next time on Orca Jazz. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute.